Fällt ja gut an. Möchte sie diese Daten laden? Ja. Ich habe übrigens mal geguckt, was es mit Amiibo auf sich hat. Ich habe bei dem Test ein E-Tank gekriegt. Ich kann es ja nochmal dann versuchen zu zeigen, falls das funktioniert. Ich bin jetzt nicht sicher, weil ich habe das Ding ja gerät und das ist kein Pro-Controller und hat daher kein NFC und so ein Scheiß. Joa, ähm... Sie hat gesagt, er würde Tundra mehr als nächstes machen und versuche ich mal den. Gut. Ansonsten war es ja immer. Ja, definitiv Eis. Joa, da scheint wohl Feuergutgegen sein zu können. Ich weiß nicht. Ja. Aua, wollte gar nicht klein. Ich bin zu früh gesprungen. Yay. So, machen wir mal den Kammer ein bisschen anders. So, jetzt bin ich ein bisschen vorsichtiger. Ich glaube, das meint Osoma mit Flüchtigkeitsfehler. Ich bin halt zu ungeduldig oder sowas. So, der macht tiefer was. Wow. So, dann werde ich was runtergeschlittert. So, das wird hier schon mal gut geklappt. Ein bisschen. Okay, das hat gereicht. Jetzt schnell ist der macht. Äh, mir noch Schaden. Und, äh, ich habe ja getestet. In einem Aufnahmetest, ob die Kamera mit meinem Ton übereinstimmt. Und scheinbar tat sie es. Ausgesetzt, ich habe auch die richtige Audiospur. Und da ich ja die zweite Mikro-Audiospur ohne Verzögerung deaktiviert habe. Scheiße. Ne. Scheiße. Ich bin hier dann. Hier, diese als Partie. Ja, bin ich jetzt schon. Bis. So, das hätte geklappt. Das hätte ich wohl drüber. Stimmt. Aber, ich wollte eigentlich... Ja. Nein, da war ich... Das ist so hektisch. Oh, und mir fällt auf. Filter. Color Key. Aktiv. Fertig. Vorsetzen. Ja. Gut. Schlechter Anfang, aber gut. Machen wir es mal. Und bisher, kann ich eigentlich nicht sagen, dass es jetzt auch nicht schwer ist. Ich habe mich nur doof angestellt. Ja. Jupp. Aua. Okay. Ein paar Schrauben haben wir. Ach ja, ich wollte damit ausprobieren. Amiibo. Ob das funktioniert. So, gucken wir mal, indem ich das auf den rechten Stick packe. Okay, machen wir das Ding mal ab, probieren wir es nochmal, komm her, scheiße, rauf auf die Basis, wieder rein, hier gibt es ein Signal, ich höre schon mal was, wieder an bitte, USB, okay, so geht das jetzt, gleich jetzt, Okay, machen wir es jetzt mal ein bisschen vorsichtiger, so hat sie wieder deaktiviert, ja. die machen wir noch mal kurz die meterfolge mal rausschneiden dafür mache ich das mal kurz gut mit infrarot teil also rechte und energie gut ich muss mich nur auf diesen winter nachher einstellen sollte das weniger ein problem sein dauer weiter und verschrauben kann ich noch mal einkaufen nachher ja jetzt spiele ich halt hier so das sollte ja nicht so schwer sein ja gut zum schluss weil ich mich zu voreilig ja da haben wir wieder die wünschen nein also ich will noch mal ändern bis gewohnt er mit dem zu spielen nein nicht rutschen okay da ist jetzt die kamera läuft das ist ein bisschen versögert wegen dem graber ja das ist ein bisschen ja 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 Wah, wah, wah. ich würde es mir gefallen und wenn er nicht kloppiert mensch warum springst du nicht du hast gesehen dass ich gesprungen habe oder ja ja bitte nicht meine aufnahme mehr wieder und würde den körper bis würde Okay, tu ich an. Müsste aber bald noch ein Boss sein, ja. Bossen-Teil? Okay. Uiuiui. Scheitert sich nicht her, oder was? Ja, scheitert. Wow, das war mies. Ja. Ja. Rutschmusik. Und runter da. Okay, gute Hand. Ja. Au. Bisschen Lebensenergie, das ist nett. So, ich bin eh mal lieber links. Das war die richtige Wahl. Nein. Mann. Oh, ich hab noch so viele Leben. Nein, das war zu früh gesprungen. Mist. Oh ja, ich hab noch viele Teile. Ecke folgt der Figur im Auto. so ach die scheiße jetzt Batterien oder was bis verschütten Speed Gear Typ ok au 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 nein gut er war auf diesem Schwierigkeitsgrad super einfach Wunderer Sturm aha hat ok das reicht wo ich da was dieses mal und dann bis zum nächsten mal und auf wieder fählen 50 Minuten insgesamt boah ist okay was ich sagen ich will bis zum nächsten mal und auf wieder fählen und Bis zum nächsten Mal.